Mein Name ist Martin Akeritz alias Popshop. Ich mache sehr gerne Videoclips. Unter anderem haben wir auch schon in der Vergangenheit einige Videoclips gedreht, die dann auf Viva oder MTV Night, 3SAT oder SF2 gespielt wurden. Vor zwei Jahren gab es noch für eine Kultursendung im Schweizer Fernsehen. Der neue Popshop Videoclip wird im Juro getreten, Ende Juli. Und zwar am bekannten Côte d'Ivoire Passive, der es auch in der Grand Canyon der Schweiz darstellt. Wir wollen dort eine raffinierte Story einbauen, die zu einem neuen Song von mir passt. In der Vergangenheit haben wir eigentlich alle Clips aus der eigenen Tasche finanziert. Darum möchte ich jetzt die Plattform Ruvay Kids benutzen, um die Sponsoren zu finden, um mir die Chance von diesem neuen Clip wieder zu erzeugen. Natürlich haben die Sponsoren ja auch eine Belohnung über. Sie sollen leer um es gehen. Sie sollen auch daran beteiligt sein. Sei das in der Form von einem unveröffentlichten Album für Popshop, den bisher noch niemand gehört hat. Sei das durch ein E-Landinas fest an die Apero-Platte, Videoclip, Release Night mit Grosslingwand. Sei das, dass ich im Videoclip und auch auf der Website persönlich erwähnt werde. Mein gewünscht auch mit Logo. Sei das auch, dass Sie die nächste Popshop-Videoclip haben. Eine Chance haben, als Statisten dabei zu sein und dabei zu wirken. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung und ich zähle auf Euch. Merci für immer.